Hallo meine allerliebsten Hexen und Hexers. Heute reden wir gar nicht so lang um den heißen Brei drumrum. Wir nutzen irgendwie alle VPNs, oder? Um im Homeoffice auf die Arbeit zu kommen, um in unser Servernetzwerk reinzukommen oder nach Argentinien für günstiges YouTube. Was wäre das gerade gesagt? Naja, ein großer Painpoint, vor allem wenn wir es wirklich im Alltag nutzen, ist die Geschwindigkeit von diesen Dingern. Vorausgesetzt ihr seid natürlich nicht gerade in Deutschland, merkt man da tatsächlich einen Unterschied. Und niemand kann heutzutage mit 10 Mbit pro Sekunde arbeiten. Ah, natürlich außer deutsche Behörden. Sorry. Okay, anyways, VPNs müssen deshalb schnell sein. Und deswegen gab es lange Zeit WireGuard. Und dann kam NordVPN und hat NordLynx vorgestellt. Ah, und bevor ihr fragt, ja, das Video ist tatsächlich gesponsert von NordVPN. Ja, das gesamte Video. Sie haben mich tatsächlich dafür bezahlt, dass ich euch spannende neue Technologien vorstelle, was ich auf diesem Kanal hier genau tun möchte. Und das finde ich super. Ihr wisst ja, wie ich es mit freizugänglichem Wissen eigentlich halte. I love it. So, selbstverständlich könnt ihr in NordVPN auch NordLynx selbst ausprobieren. Bitte beachtet, dass ich VPNs nicht mehr für Anonymität oder Privatsphäre empfehle und schon gar nicht, um illegale Dinge zu tun. Ich nutze aber beispielsweise NordVPN derzeit für einige KI-Tools, die leider erst ihre Testphase in den USA haben. Wie zum Beispiel Google Bart. Freitag kam ein Video von mir dazu raus, wo ich Bart mit ChatGPT und Bing verglichen habe. Und das wäre actually nicht möglich gewesen ohne NordVPN. Deswegen danke an der Stelle. Wir wissen ja alle, dass es mittlerweile ständig Gutscheincodes für NordVPN gibt, nicht wahr? Deswegen kriegt ihr natürlich auch einen von mir. Mit dem Coden Morpheus bekommt ihr einen fetten Rabatt und könnt selbst beispielsweise Bart oder auch NordLynx oder beides ausprobieren. Und das bringt mich zurück zum Thema. Was sind eigentlich VPNs? Und vor allem, was ist WireGuard? Denn Spoiler, ein klassischer VPN ist es nicht. Wenn VPN-Technologien eine Party wären, wäre OpenVPN der langjährige Gastgeber. Zuverlässig, bewährt und ein wenig altmodisch. WireGuard hingegen wäre der neue, schillernde Gast, der mit Versprechung von Effizienz und Einfachheit die Party aufmischt. Okay, zurück zum Thema. OpenVPN ist ein Open-Source-VPN-Protokoll, das seit fast zwei Jahrzehnten existiert. Es ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und seine Sicherheit. OpenVPN arbeitet auf der Schicht 2 oder 3 des OSI-Modells. Was bedeutet, dass es sowohl auf der Datenverbindungsschicht, also 2, als auch auf der Netzwerkschicht funktionieren kann, also 3, wo auch übrigens IP läuft. Das bietet Flexibilität, kann aber auch zu zusätzlicher Komplexität führen. OpenVPN verwendet die OpenSSL-Bibliothek, um eine Vielzahl von Verschlüsselungsalgorithmen zu unterstützen, die wir einfach brauchen. Es ist auch in der Lage, durch Firewalls und durch NUT durchzutunneln, was es zu einer sehr guten Wahl für viele Anwendungsfälle macht. Allerdings ist OpenVPN nicht gerade für seine Geschwindigkeit bekannt und kann aufgrund seiner Komplexität sehr viel schwerer zu konfigurieren sein, wenn ihr dasselbe machen wollt. WireGuard hingegen ist das New Kit on the Block, aber es hat bereits schon jetzt sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Das ist ein Open-Source-VPN-Protokoll, das natürlich auf Einfachheit und Effizienz abzielt, aber im Gegensatz zu OpenVPN arbeitet WireGuard ausschließlich auf Layer 3, also der Netzwerkschicht des OSI-Modells. Das führt insgesamt zu einer einfacheren und schlankeren Implementierung. WireGuard verwendet moderne kryptografische Algorithmen wie Curve25519 für den Schlüsselaustausch und Chacha20 für Verschlüsselung und Poly1305 für Nachrichtenauthentifizierung. Müsst ihr jetzt nicht alles kennen, das sind aber coole Algorithmen. Es hat auch einen interessanten Ansatz für die Schlüsselverteilung, der von OpenSSH inspiriert ist. Anstatt also komplizierte Zertifikatsketten zu verwenden, tauschen WireGuard peers einfach ihre öffentlichen Schlüssel aus, so wie man es erwartet. Ein weiterer Vorteil von WireGuard ist seine Leistung. Es wurde entwickelt, um schnell und effizient zu sein, mit geringem Overhead. Es ist auch deutlich einfacher dadurch zu konfigurieren als OpenVPN, eben dank seiner einfachen und klaren Konfigurationsdatei. Und das heißt, laut Benchmark schafft es WireGuard unter natürlich optimalen Bedingungen, etwa das Vierfache vom Durchsatz von OpenVPN zu erreichen. Bei einem Ping, der ein Viertel von dem von OpenVPN ist. Also beim Durchsatz ist natürlich mehr besser, hier schaffen wir das Vierfache. Bei Ping ist natürlich kürzer immer besser, das ist quasi eure Antwortzeit von euch zum Server und wieder zurück. Und da schaffen wir ein Viertel. Es ist also nicht nur leistungsfähiger, sondern auch insgesamt schneller als natürlich OpenVPN, aber sogar als IPsec. Und das ist ziemlich beeindruckend. Insgesamt gilt IPsec zum Beispiel als die Wow-Lösung, aber niemand will es halt aufsetzen, weil es sogar für die Masochisten unter den Informatikern ein bisschen zu brutal ist. WireGuard ist da halt eher zart und sanft für die Gehirnwendung. Und ja, IPsec wird hier nicht weiter thematisiert. Aus! Ich muss euch ja auch einen Grund für ein Abo geben, oder? Um genau zu sein, hat WireGuard 1 Gigabit pro Sekunde geschafft. Bitte behaltet aber im Kopf, dass das in absolut optimalen Umgebungen geschafft wurde. Also nicht abends, wenn alle das Internet benutzen und schon gar nicht mit ausgelasteten Servern oder mit Servern, die weit auseinander liegen, sondern die lagen nah beieinander und hatten sonst nichts zu tun. In der Praxis wird es also natürlich deutlich weniger sein. Okay, aber trotzdem, warum genau hat Nord dann Nordlynx entwickelt? Ein Gigabit hört sich ziemlich optimal an für die Verbindung, oder nicht? Naja, WireGuard ist großartig, aber es ist halt nicht perfekt. Es gibt einige Probleme, die es zu lösen gilt. Und hier kommt Nordlynx ins Spiel. WireGuard hat einige Herausforderungen, vor allem in Bezug auf Privatsphäre. Es speichert nämlich die letzten Verbindungsdaten der Nutzer auf dem Server. Das braucht das Protokoll, um diese Verbindung eben effizient verwalten zu können. Und das ist ein Problem, wenn man bedenkt, dass VPNs eben gerade dazu da sind, unsere Privatsphäre zum Beispiel vor Diensten wie Google oder Facebook zu schützen. Also natürlich, solange man sich dort nicht anmeldet. Außerdem hat WireGuard eben Schwierigkeiten, tausende von Verbindungen gleichzeitig zu verwalten, was für einen VPN-Dienstleister wie NordVPN ein ziemlich fettes Problem ist. Immerhin ist ja genau das gewünscht für die Server. Nordlynx, entwickelt von den Leuten bei NordVPN, ist also eine Lösung, die auf WireGuard aufbaut und genau diese Probleme lösen möchte. Nordlynx kombiniert also das Beste aus WireGuard, einschließlich der hohen Geschwindigkeiten und der modernen kryptografischen Primitiven mit einem doppelten NUT, also Network Address Translation, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Nordlynx ist also im Grunde WireGuard auf Steroiden, wenn man so möchte, mit zusätzlichen Verbesserungen, um die Privatsphäre zu schützen und eine bessere Skalierbarkeit zu ermöglichen. In einigen praxisnahen Tests war die Geschwindigkeit von WireGuard etwa 58% schneller als OpenVPN. In anderen Tests, weil man die nicht zusammenfindet als Tests, I tried, in anderen Tests war eben die Geschwindigkeit von Nordlynx etwa 58% schneller als OpenVPN mit UDP und 69% schneller als OpenVPN mit TCP. Also tatsächlich lassen sich WireGuard und Nordlynx nicht wirklich was geben, sind aber auch nicht wirklich miteinander zu vergleichen, da Nordlynx nur bei NordVPN im Einsatz ist und WireGuard halt eben gar nicht. Aber es scheint, die besprochenen Addons haben keinen bzw. kaum einen negativen Einfluss auf die eigentliche Geschwindigkeit, denn wie gesagt, bei Nordlynx wird ja WireGuard innen drin verwendet. Es kommt aber also noch was oben drauf. Okay, super, dann ist es ja erstmal nicht schlechter als WireGuard, im Gegenteil. Es gilt als insgesamt das schnellste VPN-Protokoll auf dem Markt. Also, was zur Hölle ist dieses besondere doppelte Nothing? Und warum sollte es mich interessieren? Naja, meine lieben Hexen, lasst uns das klären. NAT steht für Network Address Translation. Es ist eine Methode, die es mehreren Geräten in einem Netzwerk ermöglicht, die gleiche öffentliche IP-Adresse zu verwenden. Stellt es euch so vor, ihr lebt in einem großen Wohnhaus mit der ganzen Familie. Von außen sieht es so aus, als gäbe es nur eine einzige Adresse für das gesamte Gebäude. Das wurde ursprünglich mal erfunden übrigens, weil uns die IPv4-Adressen ausgehen. Aber dazu mehr in anderen Videos. Innen drin, in dem Gebäude, hat trotzdem jede Wohnung eine eigene, eindeutige Nummer. Das ist im Grunde genommen, was Network Address Translation, kurz NAT, tut. Aber was genau macht ein doppeltes NAT? Naja, wie der Name eigentlich schon sagt, ist es ein NAT, nur eben doppelt. Danke, Sherlock. Es ist also, als ob zum Beispiel zwei Wohnhäuser übereinander gestapelt wurden. Von außen sieht es so aus, als gäbe es nur eine Adresse für das gesamte Doppelgebäude. Aber innen drin haben wir erstmal die Aufteilung auf zwei Gebäude und dann nochmal die Aufteilung auf jede Wohnung in jedem Stockwerk mit einer eigenen, eindeutigen Nummer. In Bezug auf VPNs bietet also zum Beispiel dieses doppelte NAT eine extra Schicht an Privacy. Wenn ihr eine VPN-Verbindung herstellt, dann erstellt der VPN-Server eine eindeutige IP-Adresse für die Sitzung. Diese IP-Adresse ist aber nicht mit eurer tatsächlichen IP-Adresse oder eurer Identität verknüpft. Das bedeutet, dass selbst wenn jemand eure VPN-IP-Adresse sieht, er nicht in der Lage ist, sie zu euch zurückzuverfolgen. Selbst wenn er direkten Zugriff auf den eigentlichen VPN-Server hat, ist diese IP-Adresse nicht mit euch verknüpft, denn davor gibt es ja noch das NAT und das steht getrennt. Also im Grunde ist das Ganze so ein bisschen wie ein Mini-Tor-Netzwerk. Alles innerhalb des Netzwerks von Nord. Ihr kommt rein und wollt eine Briefkastenfirma, die wiederum kommuniziert mit draußen. Hat aber jemand eben Zugriff zum Briefkasten der Briefkastenfirma, weiß er immer noch nicht mehr. Bei Nordlynx wird diese IP-Adresse dann nach jeder Sitzung komplett verworfen und bei der nächsten Verbindung wird eine neue erstellt. Und das bedeutet, dass auch wenn jemand versucht, eure Aktivitäten über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen, er eben auf eine Sackgasse stoßen würde. Ein bisschen als ob ihr nach jedem Besuch in eine neue Wohnung ziehen würdet. Nur, naja, ohne Packen halt. Ich fand diese Methode sehr interessant, weswegen ich sie euch unbedingt vorstellen wollte. Und da Nothing mittlerweile so billig ist, also von der zeitlichen Komponente, ihr habt nicht mehr so viel Delay wie früher, erklärt sich auch, warum WireGuard nicht signifikant schneller ist. Was ich übrigens beeindruckender finde, ist, dass der Verbindungsaufbau mit 100 Millisekunden aber auch gleich schnell ist wie der von WireGuard. Zum Vergleich, OpenVPN braucht etwa 8 Sekunden zum Verbindungsaufbau. Aber da kommen wir leider zu dem Nachteil von Nordlynx. Ich hätte es gerne noch ein bisschen mehr und detailliert untersucht. Aber leider ist das Ganze nicht Open Source und ich habe auch kein richtiges Forschungspaper dazu gefunden. Und so wie es scheint, bleibt das auch erstmal so. Anders als beispielsweise der Linux-Client der Nord-App. Der ist komplett Open Source. Genauso wie die Networking-Bibliothek LipTelio oder auch die Meshnet-Bibliothek LipDrop. Die sind zwar andere Themen, aber wenn ihr Lust habt, dass ich da mal reinlinze, sagt sehr, sehr gerne Bescheid. Alles in allem können wir also wohl sagen, Nordlynx ist ziemlich beeindruckend. So schnell wie WireGuard, da ist quasi WireGuard im Kern benutzt, aber gleichzeitig so gebaut, dass keine Verbindungsinformationen direkt auf dem Server gespeichert werden müssen. Das macht es potenziellen Angreifern nochmal schwerer, eure versauten Fantasien, die ihr mit VPNs auslebt, nachzuvollziehen. Vorausgesetzt natürlich, und da kommen wir zu euch und eurem Verhalten, ihr gebt den Angreifern nicht einfach alle Infos, die sie wollen. Aber das hatten wir ja schon ein paar Mal geklärt. In diesem Fall hier nochmal kurz die Option genannt, mit meinem Gutscheincode Morpheus jetzt direkt das Protokoll ausprobieren zu können. Ich bin sehr gespannt, was ihr berichtet. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.